Und ich habe jetzt nochmal die Aufstellung, gleich geht's los. VDL 1. Helvet X-Stars gegen Tor All-Stars. Wo vorne im Tor Manovic, Vero, Milch Hunter. Dreierkette, Nobel, Fabi im zentralen Mittelfeld. DR, 90 DR im linken Mittelfeld. Jena La Bestia, die Bestie im rechten Mittelfeld. Für mich einer der besten Szener. Hanumara, Spielmacherposition. Tiki Taki im Sturm. Neuzugang. Der aus, also der österreichische Nationalspieler. Idva Mappé, Dome Elf. Sein erstes Spiel. Das erste Mal, dass er das Trikot der Helvet X-Stars überstreift. Es geht los. Los geht's. Das ist das erste Spiel von Tor All-Stars, was ich sehe. Langer Ball. Langer Ball. Drei-Hing Tiki Taki. Martin. Landstart. Landstart. Vero Martin. Der kommt zwar starke Abwehrspieler 1-0. Wow, das war geil. Der geht wieder auf mich. 1-0 Helvet X-Stars. Und Tiki Taki. Dome ist frei. Dome ist frei. Dome macht ihn nicht. Bum, Bum, Fuß dazwischen. Tor All-Stars ist da. Und Fabi. Zweikampfstark. Jena La Bestia. Schöner Ball. Zuckerball. Zuckerball. Tiki Taki. Freies Tor. Spielt nicht. Ich bin umgedientet. Dome macht ihn. Sein Debüt. Und er macht das Tor. Junge, ich freue mich für diesen Jungen. Neuzugang. Dome. Hit vor allem MAP. 10er. Dome versucht nochmal reinzuspielen. Robert passt auf. Also Dome macht den Superspiel. Und da ist Numara. Der 10er. Tiki Taki. Numara. Numara. Geiles Ding, Junge. Geiles Tor. Wow. Das geht sowas von ab. Und ich darf nicht schreien, sonst kommt wieder die Polizei. Ich darf sowas von nicht schreien, sonst kommt wieder die Polizei. Wow. 3-0. Und so will ich die Helvetikstag sehen. Dome Doppelpack. 4-0. 4-0. Schützenfest. 4-0. Schützenfest. Das ist geil. Paddy schreibt auch, das ist geil. So sieht's aus. Das ist die Helvetikstar, der das 1-0 erzielt hat. Mit dem Kopf. Und da ist Tiki Taki am Ball. Der 90, der heute im Links-Mittelfeld spielt. Schick Numara. Numara. Das ist frech. Das ist sowas von frech. Da fliegen mir die Eier weg. Und Kingslayer. Kiko, du kick-kompatibel. Wow. Bumme. Schick Numara. Numara. Und das ist für mich ein Elfmeter. Da muss der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigen. Da wurde einer ungenietet. Ramo sagt, küsst eure Augen. Ich küsste eine Kniekelle, bro. Ich küsste eine Kniekelle. Dreisturz kurz ausgeführt und. Und wovon geht man viel breiter in die Partie als mit einem 4-3? Mit einem 4-0, 5-0 geht man mit einer viel breiteren Brust in die nächste Partie. To Allstars. Flacke zum zweiten Forstenvero. Von der Linie. Halbzeit. Und das war die erste Halbzeit. Die Helvetikstars führen hier mit. Wow. 4 zu... Da darf man nicht abschalten. Und es geht hier jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit. Los geht's. Paddy sagt Helvetikstar. Petrosonic. Jetzt mal vielleicht ein Lebenszeichen. Voran. Vorallstars. Ich hab das faul nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Aber wenn der Schiri das macht, wird es schon was sein. Numara. Zuckabal. Auf Jelala Bestia. Der spielt rein und... Wow. DR90 ist geflogen. So sieht's aus. Ich glaube, DR90 ist geflogen. Kiko, du bist der absolute Wahnsinn, Junge. Pass in die Spitze. Iki Taki. Jenner, 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 Jenner La Bestia am 16er. Und DR90 der Bot. 5 zu 0. 5 zu 0. Die Spielminute. Und der Tanzsamba. Schönes Tor. Schöne rausgespielt. Das Tor geht ganz klar auf die Kappe von Jenner La Bestia. Junge, freu dich morgen aufs Spiel gegen Terror Squad. Da freue ich mich sowas von wahnsinnig drauf. Iki Taki spielt nochmal rüber. Jenner La Bestia krönt sich mit dem 6 zu 0. Und ein Treffer fehlt noch. Ein Treffer fehlt noch für das 7 zu 0. Paddy hatte es gefordert gehabt. Und da macht er eine Liegestützung im Moment. Was soll denn das? Hat er das leere Tor nicht getroffen? Wettig Stars Debüt. Drei Tore machst. Wara. Numara. Im 16er. Numara spielt auch rum. Numer Abschluss. Iki Taki krönt sich mit dem Tor. 7 zu 0. 7 zu 0. Eddie. Ich küsse deine Kniekehle. Wow. Go. Auch die Nachspielzeit von zwei Minuten ist vorbei. Und das war's. Ich deine Arschbanken. Okay. Der war zu viel. Das war's. Und das war so ein geiles Spiel. Wow. 7 zu 0. Und da gehe ich mal wieder in mein Studio. Und wie gesagt. Mr. Prime ist pleite. Er hat sich heute seine letzten Cents ausgegeben. Für dieses Wahnsinns Mikro. Jeder der mich mit ein paar Euros unterstützen will. Ihr habt schon. Jeder der schon hat. Ihr habt schon. Aber jeder der noch. 1, 2 Euro übrig. Ich würde mich freuen. Wie gesagt Jungs. Und wieso habe ich denn hier keine Musik? Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Jungs. Vielen, vielen lieben Dank. Dass ich das machen durfte. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Danke fürs Zuschauen. Vielen, 1986. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank.